Noch wird im Rasterdom gewerkelt und geschraubt, aber am Freitag ist alles fertig. Mit einem Heimspiel gegen die Gladiators Trier starten die Basketballer von Rasterfechter in die zweite Bundesliga. Das Duell der beiden ehemaligen Erstligisten ist das Eröffnungsspiel der Elften pro A-Saison. Pünktlich zum Saisonstart präsentiert die Oldenburgische Volkszeitung ein 52-seitiges Vorschau-Magazin, das am Freitag der OV beiliegt. Es beinhaltet Porträts von allen Rasterspielern, von David Gonsalves bis Seth Hinrichs, von Dirk Mädrich bis Josh Young. Außerdem gibt es Porträts zu allen 15 Rastergegnern, von den Hamburg Towers bis Kreilsheim-Meerlins, von den Niners Chemnitz bis zu den Rheinstars Köln.